So. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hat er runtergesprungen. Ich habe dem letzten Gegner halt voll eine gedrückt. Er ist gestorben, dann springt unserer runter. Genau vor mich. Geh mal ramp, weil dann schau ich nach hinten. Wir haben schon B geplant. Ja ja. LOL im Vent. Äh, ist hinten raus. Also jetzt gleich bei der Tür. Was? Egal. Rennen. Jetzt kann man es machen. Was, Monkey Fishies? Nee. Wieso den denn? Kannst du jemanden, please drop me? Däh, nein. Achso, äh. Rauch und zwei Flasher, sorry. F*** das, Tee. Flasch eins. Oh, Vorsicht! Oh, ich sehe gar nichts mehr. Und Flash zwei. Ich habe noch eine Smoke geworfen. Geplantet, aber der hat mich... Der mit dir gefused. Wo ist denn das? F***, wo hast denn du... Ach da. Scheiße. Ich dachte, du hast hier gleich an der Ecke geplantet. Nee, es geht bloß da vorne. Okay, das wusste ich nicht. Schade. Irgendwann ist wieder Awe. Ich meine, wir sind Tee. Das ist eigentlich ganz gut, wie es gerade läuft. Das muss man schon sagen. Kommt vor allem mit der Spack von Baguette. Fresser da. So, ich gehe gleich mit vor. Kommt einer! Genau, lass es ab. Oh. Niiiice! FAKER! Ja, guck auf meine Punkte. Von behind you. Von behind you. Ninja! Vorsicht vor Ninja! Nice. Pfff. Wie du gegen die Decke geflogen bist. Warte mal Rampe und... Ich würde Rampe A gehen dann sogar. FAKER! Luckshot mit der... Und ich gehe zurück. Wer kommt dir hinterher? Jetzt muss ich ganz schnell meine Tür anlegen. So. Hat jetzt nicht viel gebracht, weil ich es zu schwungvoll gemacht habe und die jetzt wieder zur Hälfte aufgegangen ist. Aber egal. Ich gehe außen. Okay. Mit der SSG. Könnte mir nichts anderes leisten. Sag halt was. Ich habe 13.000. Und so. Habe ich gar nicht drauf geschaut. Einfach gekauft. Fuck. Die sind alle toxic. Oder nicht alle. Mindestens drei noch. Und das heißt doch Toxic. Der hat da ne Brandgranate reingeworfen. Die gehen alle draus. Jetzt holst du den halt. Ja der ist auch noch in Toxic oder? Ja. Hu. Der hat mich da ja gekillt. Ja. Und dann? Ja. Ja. Oder ist der? Ja. ich möchte ich unterstützen vorsicht der hinter uns flasht doch nicht nichts ja bestimmt war wirklich echt ja das bleibt müssen wir das ganze mal ein bisschen auflocken ja wie kehrt also ja gut die studie durch pommes mit 90 muss ein paar kills machen ich werde die macht nicht einen und wird sterben der kommt mir gefährlich nahe drum reich fuck einer in main zwei in main ne einer kommt erst im main rein nein das ist außen einer door und einer main das mal gehe ich schmeidig nachladen ich wusste was da oben ist ich wusste aber nicht wo er ist weißt du wo der letzte ist da liegt feine sniper da ist er fach der wartete mit der shotgun um die ecke die gegner ja ich habe speed hacken wollte ich habe alles jungen klar ja weil was weit in allem mit dem lager hätte obwohl er mich auf sie runter ballert hat nur weggemacht das war einfach nur lag dass ich den überhaupt gekillt habe ich abgeschossen kann mit meinem life bitte ja nein der kommt dann zum spawn läuft er vor warte da und mach ihn weg aber was auf die anderen zwei kommen auch also beeil dich ein bisschen egal die anderen beiden und zweiter gott sei dank easy game easy game easy no cheat no cheat and no hacks die cheater auf jeden weiss doch nico ich habe immer meine cheats und hacks an das kulte noch war drei ja weiss doch standard pfff pff pff pff